2% kritische Schaden, 10% Bonus zu kritischen Schaden, 5 Rüstungen verringert pro Schlag, 5% Effektivität bei Einnahme eines Tranks Erhöhung, mehr Erfahrung und 1% Chance, dass der Gegner für 12 Sekunden flieht. Das Ding behalte ich. Das packe ich in meinen Shared Stash. Apropos, warum habe ich da nicht schon mehr reingetan? Hm, na gut. So. Erstmal den hier, dann haben wir noch einen Körper. Dann. So. Zack. Ach du. Oh, dadurch, dass der Elementarschaden komplett durchkommt, machen die Derbstschaden an mir. So, ich bin gerade ein wenig desorientiert. Habe ich hinten alles abgegrast? Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue mal kurz nach. Ah, den Gegner, der war cool. Ich glaube, nee, hier unten noch. Okay, war nicht viel. Nee, die springen einen an. Oh, die ziehen aber doch ganz schön viel ab. Und dann haben sie mir mein Shared geklaut. Und das absorbiert inzwischen 150 Schaden fast. So. Hier geht's weiter. Das Tier ist auch gleich wieder da. Geheimnis oder Boss? Waypoint? War das der Boss? Mit seinen Elementarfiechern hier? Das war der Boss. Ach so, deswegen hat der so gut gedroppt. Deswegen hat der so viel ausgehalten. Oh, und ich wundere mich hier. Okay, ich bin mit dem Drop zufrieden. Kann man nicht anders sagen. Gut. Waygate to town. Wenn dieses Schaden geht, wird es zerstört die Stadt und zerbrechen die Tunnel. Einmal etwas großartig muss sich unterhalb. Aber ich kann nicht vorstellen, was das tun könnte. Geh, find die source von diesen Schaden und ein Ende zu ihnen. Einmal etwas versucht uns zu schlafen. Es schäuert uns. Ich nehme mir das Herz. Was ist denn da? Du hast begonnen. Was ist denn da? Diese Caverns sind verloren zu Zeit, primal. Die Ember-Veins verändern, als ich descend. Schifte Farben, erst hidden, dann gleam und glittere. Es fasciniert mich jetzt, als es war, als ich jung war. Selbst die Blight scheint mehr pure hier. Mein Experiment hätte es geschafft, wenn ich die Ember von tief in der Mauten benutze. Näher zu der Sorge. Natürlich gibt es noch die Korruption, aber mit keinem Leben. Das wird eine kleine Sache. Vielleicht werde ich hier mehr, als ich noch erwähnt habe. Oh, warum könnt ihr Bäume nicht alle so gut droppen, wie der da unten? Gut, ich kann was verzaubern. Ähm... Ach ja, einfach Sockel reinmachen, denn das goldene Teil geht ja gar nicht. Weil das kostet so sau viel. Ich probiere es mal hiermit. Random Effect. New Achampments. 10 Mana. Und 11 Giftschaden. Na gut. Oh. Die kommen aus ihren Häusern. Hey. Ein Helm und eine Schriftrolle. Wie lange hält eigentlich dieses mit den 20 Erfahrungen? Oh. 5 Minuten. Dann dürfte es eigentlich schon wieder aus sein. Das könnte man vielleicht noch etablieren bei Torchlight 1. Nein. Ähm... Was habe ich gerade für ein Buff an System? So. Gucken wir mal so. Deines gebe ich nicht rüber. Der verkauft das bloß. Böses Tier. Verkaufst du mal alles, was ich dir gebe? Barter Skill. Das ist bestimmt was vom... Na sag schon hier... vom Nahkämpfer. Ich nenn's Nahkämpfer. Wow. Ach du. Zack. Ey. Ich dachte hier wär tot. Ey, die halten aber schon gut aus. Auch wenn nicht nehm ich... Hm? Ah. Ich hab's noch an, also kann ich's nicht benutzen. Das ist auch eine Wirklichkeit. Okay. Dann weiß man immerhin, dass man nichts verschweigen kann. Hohoho. Critical, critical. Boah, die halten hier ganz schön was aus von der... Amberlands. Ist ja klar, dass das Ding so stark ist. Fällt mir grad auf. Amberlands... Und Imbalance. Ist ja fast das gleiche. Wow. Hm, ne. So treff ich nix. So. Ja, ich denke, das hat mit den Waffen zu tun, wie viel Knockback ich mit der Attacke habe. Ein Bogen. Pilze. Mehrere Wege, die ich gehen kann. Ein Verkäufer! Hey, was hast du? Außer Mundgeruch. 30 Giftresistenz. Einer wird zu stark... Ähm, nö. Ne, echt nicht. An sich gut, aber... Ach, ne. Hier was? Nö. Amo... Build of Strength. Oh. Ne Menge Attributsbonus. Hey. Ich nehm den. Der hat plus drei Decks. Der hat plus acht Stärke. Da hab ich keine Probleme mit irgendwelchen Attributsachen. Wie viel kostet der? Ach, 900. Cool. So. Kann ich jetzt das Ding ausziehen? Nein. Na gut. Wir nähern uns dem... zu Erreichenden. Ich kann ja die Edelsteine rausnehmen und hier rein tun. Also jedenfalls den einen, den plus drei Decks. Dann müsste es doch reichen. Dass ich das hier anziehen kann. Genau. Das so machen wir es doch. So wird ein Schuh draus. Wenn ich hier... Ich dachte schon, wir hätten die nächste... Den nächsten Trank entdeckt. Leider nicht. Haha. Hey. Du bist so einsam hier. Jetzt bist du gar nicht mehr da. Du auch. Also, halten wir es nochmal fest. Jetzt wissen wir, glaube ich, alles. Wir haben... Elektro. Elektro, wenn wir das gegen die Wand schießen, breit es ab. Kann auch zweimal ein Gegner treffen. Wir haben Gift. Das verfolgt Ziele. Wir haben Feuer. Das ist permanent Flächenschaden. Und wir haben Eis. Und das friert Gegner ein. So. Ich denke mal, das war's. Das ist cool. Kommen wir gelöst. Und jetzt können wir noch so ein Ding schlucken. Ja, ist mehr Fisch auch. Deep Ember. Also nicht discolored oder so. Einfach nur... Normale... Variante. Hahahaha. So. Weg mit dir, so. Deep Ember. Oh. Den hau ich... Irgendwo rein. Ich würd grad in ne Waffe reinmachen. Dann hab ich aber nicht die... Plus-Stacks. Hier mach ich's nicht rein, weil ich hier die... Waffe reinmachen. Oh. Oh, oh. Oh.